Ich hab geschissen! Jetzt halt nicht. Wo ist das Geschlechtsorgan? Ich untersuche. Max, willst du meine Pistole sehen? Ich schieße jetzt Trimax tot. Nein, ihr dürft nicht tot schießen. Du musst erst mal aufstehen und dann die Scheiß. Nimm doch mal die Scheiß aus deinem Inventar. Bro, ich würde die Scheiß aus meinem Inventar nehmen, aber wieso bin ich voller Kacke? Du bist halt einfach voll geschissen. Du bist halt einfach ein Scheißkerl. Schlappomat ist behindert. Dieter hat dich dort hingelegt und betäubt. Ah ja, schau mal hier. Ich will aufstehen, Mann! Du kannst nicht aufstehen, du bist bewusst in uns gerade. Alter, ich komm hier auf den Server und bin voller Kacke, Mann. Ja. Gleich stehst du auf. Ich hau mal ganz erstmal kaputt. Lass mich dir noch ein bisschen Kacke ins Inventar legen. Was ist das für ein Mistvieh, Alter? Wen wenigstens kackt hier nicht so viel wie dieser Maulwurf hier. Ja. Wie Team-Damage ist aus? Team-Damage ist aus. Wem gehört der Saurier? Der gehört uns allen, den brauchen wir, der ist wirklich wichtig. Nein! Das ist der Stumpf aus dem Game. Romantrach, guck mal. Oh, wir können die ganze Scheiß in sein Inventar tun. Ja, warte. Nein, wir legen es auf ihn drauf. Das verfällt halt in ein paar Minuten. Ja, der kommt ja gleich. Geil, Alter. Noch mehr Kacke zu machen. Jungs, hier ist so ein Biber. Ja, bitte nicht töten. Lass den in Ruhe, den brauchen wir, die sind okay. Brevi, ich brauch einmal zwei Minuten deine Aufmerksamkeit. Okay, sollst du haben, Kevin. Okay. Stopp! Eine Frage, warum hast du so einen Stern? Bist du der König der Fraktion? Ja, das ist, weil ich Tribe-Leader bin. Ja, toll. Haben wir dich gewählt? Ja, ich kann euch auch allen den Stern geben, wenn ihr den unbedingt haben wollt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts zu essen außer Kot und ich werde nicht wieder Kot essen. Das sage ich euch jetzt hier. Hallo! Ach, Scheiße. Oh, Alter. Ich will den betäuben mit meinem Knüppel. Bleiben stehen, Alter! Mann, ich will endlich mal einen Dino kloppen. Männlicher Moshops. Ist das geil? So, schieß den ab mit deinem Bogen hier. Baller den Pichi schön ins Face. Der stirbt ja gar nicht. Oh, oh. Piranha? Oh, oh. Kennen wir die Sterbe? Ich bin gleich tot. Alter, das ist die ganze Scheiße. Piranjas, Alter. Wir zocken weiter arg. Wer redet da? Das Game gefällt mir extrem gut bis hierhin. Max, bleib mal stehen kurz. Geh dich mal um. Achtung. Angucken. Ja, hast ein Pfeil im Kopf. Das ist auf meiner Stirn. Ich sehe das. Auf welchen Level gibt es die Felder? Zehn. Leute, Hilfe, gerade das Boot. Ey, da soll man hier weg, Alter. Der trampelt mich tot, Alter. Soll ich den angreifen? Ja. Okay. Nein. Nein. 55 Schaden. 55 Schaden. 55 Schaden. Was macht ihr denn da? Aaaaaaah. 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 Aaaaaah. Kevin. So, Leute. Ich muss jetzt in ganz alter ARC-Manier mein Larklas begraben, indem ich es zu Leder und Fleisch verarbeite. Du bist so ein kranker Psycho, Alter. Das ist echt komplett überhaupt nicht vegetarisch. Ihr ****. Es liegt da rum. Dann gibts nochmal extra Ressourcen. Wenigstens etwas. Ich hab drei Fragen auf dir. Boah. Ich muss erstmal ein paar mehr Kisten bauen. Aaaaaah. 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 Ich brauch noch drei Steine. Steine sind sauselten in dem Game. Muss du mal gucken, ob du was anderes findest. Ich hab mir mein Bein gebrochen. Zu Recht. Aaaaaah. Ich wünschte so sehr. Wir wären einfach zusammen im Reallife unterwegs und du würdest mir das sagen. Ich würd mich so bekissen vorlachen. Es wär so geil, wenn Romatra einfach mit einem gebrochenen Bein rumläuft, oder? Ja. Ich geh jetzt in eine Armee von Dodos sehen und mit der f*** ich euch dann alle aus dem Leben. Nee, wusste nicht. Okay. Wir leveln ja viel schneller. Ist ja voll geil. Ist ja extrem viel belohnter, wenn man mal nicht nur alle zwei Stunden mit Leveln bekommt. Wenn man mal arbeitet und dann passiert auch mal was. Ja, ist zur Wahrheit jetzt besser eingestellt, findet ihr? Nee, find ich nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie ist Romatra immer noch im Game drin. Keine Ahnung. Das müssen wir vielleicht noch irgendwie ändern. Hm. Okay, ich schreib's mal auf. Romatra and Whitelisten. Und Whitelisten. Kevin, soll ich jetzt dieses Narkosemittel-Ding lernen? Ich hab jetzt genug Punkte. Ja, dann lernst du jetzt das Narkotic. Genau. Jetzt stellst du so viel her, wie geht. Und jetzt achte mal auf deine XP. Oh ja. Ah ja. Ah ja. Oh, Alter. Hör mal. Wir können nämlich als nächstes jetzt lernen, unsere Pfeile quasi mit denen zu kombinieren, mit dem Narkosemittel. Dann haben wir Narkosepfeile. Kann ich damit auch Romatra narkotisieren? Nur Frage. Wenn wir PvP einstellen würden, ja. Machen wir noch PvP an? Kann ich machen. Nur wenn wir dann Dinos angreifen, kann es passieren, dass jemand mit dem Speer angreift und jemand anderen aus Versehen damit tötet. Ja, wär ja eh nur Romatra. Aus Versehen. Wir wollen ja eh nur alle auf Romatra einstechen eigentlich. Okay. Romatra, das ist so geil, wie keiner Bock hat mit dir zu spielen. Ich lieb das. Jetzt weiß ich auch, warum Romatra der Einzige heute war, der zu mir gesagt hat, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir PvP anmachen, weil wir uns gegenseitig aus Versehen töten könnten. Aber wir sollten natürlich irgendwann anfangen, auch Dinos zu zähmen, ne? Ach, darum geht's. Angenommen... Oh, hab gekackt. Angenommen, ich ähm... Ne, ist ne dumme Frage. Ich halte das Maul. Ist okay. Hab ich selber eingesehen. Hm. Uga Romatra. Aber wisst ihr, wo es Steine gibt? Steine ist ein sehr seltenes Material, Max. Heute macht's viel mehr Spaß als gestern, weil Romatra nicht so viel redet. Oh, liegt jetzt Stroh? Stroh liegt... Wieso hast du eigentlich ne Maske an, Max? Kevin... Actually, ich glaub ich bau ne Brücke, Alter. Darf ich eine Frage stellen, Kevin? Holzpfeiler sind für ne Brücke, ne? Die kannst du zum Beispiel um ne Brücke zu bauen nehmen, ja. Lern ich. Ich würd gerne Brücke bauen, damit wir hier wegen diesen ganzen Piranhas rüberkommen. Ich weiß, den Biber am Looten hat Kevin mit mir verboten. Darf ich nicht. Aber ich würd halt hier gerne eine Brücke rüber bauen. Was schätzt ihr? Zwei hoch? Eins oder zwei? Ich denk mal, ich fang erstmal mit eins an. Wir nehmen natürlich die S-Plus Sachen herstellen. Und... Dann nehm ich den jetzt erstmal und mach mir den mal hier ins Inventar. Jetzt hier in die Mitte setze? Geht das doch, oder? Ist ja viel zu hoch. Ist ja viel zu hoch, Leute. Nehmen wir mal Small. So. Dann kann ich da doch was draus setzen, oder? Müsst ja... Müsst ja gehen, oder? Ist doch richtig. So, dann kann ich da doch jetzt das draufsetzen, oder? Ach, Dächer drauf. Okay. Wird ja auch so funktionieren, oder? Ist richtig? Ne. Was sagt ihr? Ne, ist falsch, ne? Richtig. Okay, wir machen mehr von den Pillern. Und dann mach ich die Dächer darüber, Leute. Die Leute schreiben mir ernsthaft in den Chat, Mats-Verschwendung, Digga. Ich bin hier in einem Wald. Ich hab unendlich viel Holz. So, jetzt leeren wir das Holzdach, Leute. Das S-Plus-Wood-Sealing. Und das bauen wir jetzt ein paar Mal als Brücke. Ganz einfach, Leute. Ganz einfach. Habt ihr noch Samen, Leute? Oh, ich hab ne Menge Samen für dich, Schatz. ARK mit Spark find ich sehr stark. Wow, der wird geplant. Einfach für den Wortwitz. Ab dafür. Raus mit dir, Junge. Was fällt dir ein? Alter, ne. Ich find so Landwirtschaften in jedem Game macht unglaublich viel Spaß. Auch auf Raft und überall. Einfach Felder bauen, anpflanzen und unendlich Essen für das ganze Team haben. Das bockt in jedem Game so unendlich doll. Dann müssen wir mal Landwirtschafts-Simulator spielen. Ist so scheiße. Also in real life jetzt. Weißt du, was ich meine? Dann hast du irgendwie... Dann verlangst du irgendwie Tomaten an oder was weiß ich. Und dann schimmeln die und stinken und schmecken nicht. Und dann sind Würmer drin. Und dann schmeißt du das ganze Feld mit Blumentopf weg. Und es ist irgendwie buggy alles. Das ist verbuggt in real life. Was du wieder für ein Bullshit-Talks? Geil. Alter, ich hab mir den ganzen Urwald abgebaut, Digga. Ich bin einer von diesen Regenwald-Mitarbeitern, die immer mit Steinen beworfen werden. Von so Greenpeace-Leuten. Äh, G-Time. Ich brauch ein Tier, was unglaublich krass scheißen kann. Könntest du mir da eins... Äh, gibt's nicht so Romatras Mut... Ne. Oh, perfekt. Hier ist diese kleine... Ich schlafe jetzt auch ein bisschen rum und bin am Jagen. Diese kleine dicke Echse. Oh, da wird geschissen. Hab ich geschissen? Ich hab geschissen. Wie geil! Was will sich darüber so freuen? Ich hab die ganze Zeit Dünger gesucht und auf einmal höre ich ein Kack-Geräusch. Und das war ich, menschliche Fäkalien. Aber es weht. Diesen Ton bitte als Klingelton, danke. Ich hab geschissen! Wie geil! Das ist halt Zornation-Sound. Ich hab mich grad unheimlich darüber gefreut. Tut mir voll leid für das arme Tier hier. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ey, Leute, die Brücke wird so geil, Alter. Ihr werdet nicht glauben, dass wir eine Brücke gleich haben, ne? Ich bin grad dabei, mir den Affen zu zähmen. Ach, wie? Ich hab gedacht, wir stehen zusammen nun so. Naja, ihr beleidigt mich die ganze Zeit und sagt, was willst du mit deinem komischen, geilen Space-Dino? Und ich sag... Ich glaube, ich hab' nichts. Romatra seine Dinos einfach immer töten, wenn er gezähmt hat. Ja, Mann! Ja, richtig, genau. Romatra so ein Ehrenloser. So, Revi, würdest du eigentlich sagen, du bist ein Nerd? Boah, schwieriges Thema. Weil ich würde sagen, auf jeden Fall G-Time, Romatra und Spark sind auf jeden Fall Nerd. Nerd ist, ähm, Definition, äh, intelligent. Zockt, äh, sehr analytisches Denken. Äh, zockt viel. Äh, hat auch da seine Leidenschaft. Kann auch sozial isoliert sein. Ähm, ja, das ist es. In letzter Zeit zock ich... Boah. In letzter Zeit zock ich wieder ein bisschen mehr. Viel Anno und viel Call of Duty selber. Und noch Borderlands. Anno ist ein Nerd-Game. Anno ist ein Nerd-Game. Anno ist ein Nerd-Game. Anno ist ein Nerd-Game, Punkt. Crusader ist ein Nerd-Game. Ich bin Strategie... Ich würd schon sagen, ja. Ich seh halt nur nicht so aus, glaub ich. Das wär das der Unterschied vielleicht, maybe. Ja, gut, weil du bist natürlich auch noch DJ noch zusätzlich und machst so Sachen. Also quasi auch ein Musik-Nerd. Ja. Schon sehr nerdy alles. Das find ich gut in dem Game, dass du einfach so ein Kacke-Dino hast und den kannst du da auch parken. Und der hat keine Aufgabe. Den gibst du den ganzen Tag. Ist eigentlich auch ein Paradies, ne? Steffi, du bist so Dino und musst den ganzen Tag kümmern und sowas. Mega geil. Und dann wirst du einfach angeleihen. Kriegst die ganze Zeit so viel Essen, wie du willst. Wirst komplett gemäßt. Und musst eigentlich... Die einzige Aufgabe, die du hast, ist Schei... Alter, diese Brücke wird unser Leben verändern. Das wisst ihr, ne? Wer jetzt davon Piranjas stirbt, der ist dumm. Wie kann ich ihnen denn was essen geben? Geben. Ich find's so geil, Alter. Ark macht ja so Bock, wa? Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Ark Arni. Ja. Auch klug. Ark Arni. So wird irgendwann Dino von mir heißen. Sehr stark. Darf ich ganz kurz eure Meinung zur Brücke wissen einmal? Kommt mal bitte alle her. Zum Biberdamm. Denn die Brücke ist jetzt... Also noch nicht fertig. Aber sie ist auf jeden Fall schon mal da. Also da kommt natürlich noch ein Geländer und alles dran. Aber wir können jetzt hier den Fluss komplett sicher überqueren. Sehr nice. Wollt ihr nicht gucken kommen? Ne, ne? Nicht mal Kevin kommen schauen. Schade, Mann. Schade, Alter. Ja, warte. Ich bin hier gerade am Einlagern. Oh, heftige Brücke, Alter. Ist gut, ne? Ja, Mann. Ist richtig krass. Alter, das ist die heftigste Brücke, die ich jemals in Ark gesehen habe, die jemand gebaut hat. Du bist so ein Asi, Kevin. Okay, ich würde unten noch von den Pillars dransetzen. Dann sieht das ein bisschen realistisch aus. Hab ich alles schon gemacht. Unten sind schon Pillars drunter, du Bott. Ja, aber die gehen nicht bis in den Boden rein, ne? Hör mal auf jetzt. Das ist so f***ig. Ich werd hier... Oh, ich find sie gut, muss ich sagen. Sie sind immer von den Piranhas gestorben. Und jetzt ist das... Gehört aus der Vergangenheit an. Max, hier? Das ist zu viel. Lass das mal. Aber das hilft dir doch. Du musst jetzt alles anziehen. Kopf, Hose, Rumpf, Hande. Ha-ha-ha-ha. Hande. Na? Max, ich hab dir Kartoffelsaatgut reingelegt, Alter, wenn du Bock hast. Just saying. Kann ich noch nicht benutzen, Alter. Ich hab noch nicht große Anbauflächen dafür. Leute, ich weiß, dass die Trommel überhaupt nicht OP ist. Aber ich mach sie trotzdem, weil sie einfach dafür da ist, um die anderen abzuf***en. Boah, ich glaub, die war irgendwie erst ab Stufe 30 oder so. Ich weiß, das kann ich mehr... Stufe 26, glaub ich. Ich bin nicht sicher. Leute, die Brücke hat jetzt sogar Fackeln drauf. Guckt mal bitte. Also ganz ehrlich, so langsam... So langsam werde ich hier zu OP. Ihr müsst mich... Ihr müsst mich aufhalten. Craft mir gleich eine Leuchtpistole, Leute. Ich möchte einfach eine Waffe haben, damit Romatra denkt, holy sch***, was ist los. Ich weiß, dass die nicht gut ist. Und danach baue ich die Trommel und dann bauen wir Fundamente, Alter. Wir rushen das hier durch. Romatra, ich will dich mit meiner Pistole abschießen. Komm her. Hände hoch. Mach die Hände hoch, Spark. Äh, wie soll das gehen? Tu die Waffe weg, sonst schieße ich auf deinen Dino. Max, willst du meine Pistole sehen? Ich schieße jetzt Trimax tot. Nein. Ihr dürft nicht tot schießen. Tut mir leid, Max. Du hast wirklich Progress gemacht. Du musst beseitigt werden. Gleich ist es soweit, Leute. Gleich haben wir die Trommel. Achtung, Leute. Okay, Spark, schau her. Hast du da einfach mit Pfeilen abgeschossen? Jetzt geht's los. Ja, pass mal auf. Zeig dir mal einen Trick. Warte mal. So ein Trommel. Der 120er ist da hinten, glaub ich, in die Richtung. Wie geht das? Wie nutze ich die Trommel? Wir brauchen jetzt wirklich Spark und Revi. Ich kann nicht. Ich hab grad ein Kick. Revi sitzt bei uns in der Base und trommelt. Ja! Revi, lass den da helfen. Das ist ja sau okay. Aua! Kann ich! Du musst weiterhin trommeln, oder wie? Trommelwirbel für Max. Yeet! Kann man nur die zwei Töne spielen? Alter, ich hab ihn tot ge-eatet. Kann man nur die zwei Töne spielen? Alter, ich hab ihn tot ge-eatet. Kann man nur die Brücke hier. Warte, wo ist er? Ich hab hier vorhin einen rumlaufen sehen. Da wollte ich nämlich gucken. Hat sich voll gelohnt, Leute. Hat sich komplett gelohnt, so viele Mats dafür zu verschwenden. Max, ist das der nicht? Ich hab ihn gefunden. Ja, hier ist er doch. Ich bin vor ihm. Mit Max. Oh, der Raptor. Alter, wird der auseinander genommen. Okay, der Raptor kann direkt das Spiel deinstallieren. Kevin, was müssen wir jetzt mit dem machen? Steinschleudern und dann auf den schießen? Ja, aber wie gesagt, mein Tipp wäre, ihr wartet noch ganz kurz. Dann hab ich gleich Torpor-Pfeile und dann kriegen wir den safe. Komata, schau mal die Pistole, bitte. Warte, ich schieße hier vorne auf den Dino. Bumm. War OP. 500 Leute schaden. Ey, Revi, das ist keine Pistole, Junge. Das ist eine Leuchtpistole, die du da hast. Ist egal. War geil. Ich wollte einfach nur eine Waffe haben, Alter. Ich wollte eine Pistole haben. Das ist eine Leuchtpistole. Ja, für einen YouTube-Titel. Pistole ist Pistole. Mir hilft ja niemand. Also bring ich den aber zu euch. Hilfe. Danke, dass ihr mir helft. Danke, Leute. Ey, warum helft ihr mir denn nicht? Was ist denn mit euch? Sind ihr so lost? Ich bin hier mit. Warum in der Basis? Spark, vorsichtig. Einmal stehen bleiben, bitte. Danke. Okay, Leute. Let's go. Lass den jetzt mal zähmen. Das gibt's nicht. Der gehört aber uns allen dann, der Dino. Nicht nur Trimax, ne? Das ist schon meiner tatsächlich. Das ist mein erster richtiger Dino. Ich hab noch gar keinen, Max. Ich hab schon eine Brücke gebaut. Du musst auf Level 14. Revi, dann holen wir. Revi, pass auf. Wir holen dir gleich auch noch einen geilen Dino, okay? Ja, weil ich... Auf die Beine oder auf den Körper? Sollen wir schon auf Romadras Beine schießen? Okay, drei, zwei, eins und go. Ich kite den... Wer am nächsten dran steht, wird angegriffen. Ich dachte, der wird betäubt und bleibt stehen. Ne, die Katzen nicht bolern. Boah, macht das Bock. Wenn der wegläuft, ist der fast betäubt. Alter, wie dumm, Alter. Da sind 18 Leute, die haben so ein Dino rumstehen. 18. Okay, der ist jetzt fast bewusstlos. Der läuft, glaub ich, weg, oder? Nee, er kommt wieder. What? Was? Jetzt ist er fast bewusstlos. Stopp, stopp, nicht weiter drauf. Nein, der war noch unterwegs. Entschuldigung, bin noch links. Jo, wir haben alle noch mal eingerissen. Egal. Okay, und jetzt machen wir das dann. So, und jetzt tun wir ihm nur Mejo-Bären rein, bitte. Nur die lilanen. Und bitte nicht einfach dem die Narkotics reinhauen, ja? So, wartet mal. Wo ist das Geschlechtsorgan? Ich untersuche. Ich hab ihn. Ich bin drauf. Der wird jetzt eine Stunde dauern zum Zähmen. Pass auf, da ist ein kleines Vieh. Ja, dann sollten wir jetzt gucken, dass wir so ein bisschen noch Beeren, glaub ich, zwischendurch pflücken. Ich baue schon mal drum herum, diese Dinger, ne? Ja, genau. Ich farm jetzt auch ein bisschen Holz zur Not. Sehr geil, Alter. Das macht echt Bock, Mann. Vor allem, weil Romata gestorben ist. Das war cool. Das war echt wichtig noch mal so. Ich hab direkt Zimmerwohnschaft bekommen. Ich hätt so gern einen kleinen Affen hier vorne, Kevin. Den musst du mit Bären zähmen. Den musst du mit Bären zähmen. Ist das schwer? Ich weiß ganz genau, wie es geht. Du musst an den Rand kriechen, also mit X an den Rand kriechen. Und da musst du den Mejo-Bären füttern. Ich würd gern Affen haben. Ja, ich will einen Affen haben, den nenn ich Arkani, also Arkani halt, ne? Ja, dann musst du einfach nur Bären pflücken und dann, wie ich gesagt hab, halt mit X ransneaken an den und den füttern immer. Die sind weg und ich seh auch nichts mehr. Ne, jetzt gerade ist Nebel. Das ist natürlich Option Nummer 2, die wir haben. Dafür stirbt dieser Dodo. Es tut mir leid. Das ist deine Schuld, dass der Affe weg ist. Da muss man erst die komischen Wahlen. Oh! Dodo, Mann, warum klingt der denn Dodo so wie ein Affe, Alter? Ich bring jetzt jeden Dodo zum Kopf. Shit! Was ist mit dem Schwein? Warum? Nolan. Schon wieder ein Dodo. Ich bring jeden Dodo um, weil jeder Dodo klingt wie ein Affe. Und ich will einen Affe und keinen blöden Vogel, Alter. Komm her. Genau. Hast du die Bären auf der Nulli? Warte, bis es wieder hungrig ist. Wie lange muss ich warten? Jetzt kriegst du dem die ganze Zeit hinterher. Warte, bis der wieder hungrig ist. Du gibst den wieder. Ich hab den Stock bei dem im Arsch, Alter. Jetzt bitte hier keiner lang laufen. Bitte nicht. Ich möchte den Affe haben. Ich bin angegriffen. Oh, Mann, Alter. Guck mal, ich will dir nur Essen geben, kleiner Affe. Guck hier. Komm. Warte, bis es, bis es wieder hungrig ist, ja. Du kannst den ganzen Ding gezielt was auf deine Schulter nehmen, Rebi, ne? Guck da noch alles Littes? Der Affe macht auch menschliche Fäkalien. Sehr interessant. Ach, Mann, jetzt ist der sowieso Vogel. Komm, jetzt rennt der wieder weg. Ich könnte ausrasten, Alter. Biss ein Sch***es Tier, bist du dummer Affe. Bleib doch stehen, du dummes Tier, Alter. Mein Gott, das bring ich den einfach um. Die geht irgendwie nur 4% hoch oder so. Pro Narko, pro Major, die du denn gibst. Du musst immer mindestens 22 geben oder so. 9% bin ich jetzt schon. Ist gar nichts, ne? Ist nicht, also 100. Du musst halt auf 100 hoch. Bleibs ein bisschen dran, dann schaffst das Regen. Kein Bock mehr. Das ist doch die aggressive Kuh. Nicht, dass die meine Felder kaputt macht, ne? Ich hab oben, Alter. Komm, ich mach jetzt mit. Ich hab keinen Bock auf den Affen, Alter. Das ist mir jetzt zu affig jetzt. Okay. Komm, wir greifen an, Kevin. Let's go. Soll ich drauf shooten? Ja, schieß sie ab. Läuft schon weg. Läuft schon weg. Ich hab einen Affen gefunden. Boah, ist die dumm. Jetzt schießt sie sie einfach ab. Was für ein dummes Tier, oder? Lächerliches Tier, Mann. Oh, ich hab rohes Filet bekommen. Ja, das ist gutes Fleisch zum Zähmen für so T-Rex und so später. Nein, lass sie doch lieber zähmen. Tot! Alter, ich bin bewusstlos. Hilf mir, helf mir, helf mir. Ich bin nur bewusstlos. Trimix, Level 17 wurde von Patchy getötet. Er hat den Zaun kaputt gemacht. Das ist geil. Das hat sich so gelobt, Leute. Der ist mal auch tot, der Patchy, ne? Max, guck mal hier. Max, dreh dich mal rum. Schau mal, ich hab ein Schild aufgestellt. Hier, guck mal. Was da steht. Nein. Du musst gucken, Max. Das ist so wichtig. Romatra ist hier nicht erwünscht. Okay. Erwünscht? Alter, Max, du willst viele Items im Winter. Geil, Alter. Sau geil. Romatra, steht jetzt ein Schild in der Base, dass du hier nicht mehr reinkommen darfst. Ist das okay, Romatra? Ich werde dieses Schild abreißen. Du wirst tief in deinen Arsch reinstecken. Hallo. Hallo, Romatra. Entspann dich mal, bitte. So geil, Alter. Das ist so geil mit dem Schild, Romatra. Mit den zwei Fackeln dazu. Feier ich sehr. So. down. w